Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich produziere 100.000 Fässer, bei einem mein Gott. Sicher bin das ich. Aber Roli, jetzt mal etwas anderes. Was hast du eigentlich am Flieger gesagt? Ich habe gesagt es. Schwing dir dein Fittler. Ihr habt alles. Sonst dreht ihr den Rind um, die Bühre abgissen. Ja, was soll ich sagen? Das Opener Gampel ist auf dem Olymp. Wir bringen die toten Hosen zurück ins Wallis, holen einen Filmpreis nach dem anderen und waren jetzt gerade wieder auf der Titelseite des Wallis-Verboten. Ja, hallo! Ich füge an unser Cousy. Dann haben wir noch eine Nachricht. Ja, Olli. Hier ist der Campino von den Hosen. Du, mit Gampel 2017, das wird jetzt leider doch nichts für mich, weil da hat der FC Liverpool ein Spiel angesetzt. Aber das ist kein Problem. Ich habe so einen Double, so einen Campino-Doppelgänger. Der könnte für mich einspringen. Ihr müsst ihn treffen. Der heißt Helmut. Also, sorry nochmals und gutes Festival euch, ja? Die Jungs und ich wussten, jetzt müssen wir raus aus den Badhosen und das Ding selbst in die Hand nehmen. Wir sind auf dem schnellsten Weg nach Düsseldorf, um dieses Double zu treffen. Eigentlich finde ich es schon voll scheisse. Wir hätten doch zuerst in Europa geporkelt. Wer kriegt hier Sauerkraut? Sag ich gleich, ich würde jetzt auf dich absehen. Ja weisst du, die Weiber haben keinen Säuerkammus. Das macht stark und potent. Das ist der Saas. Ich rufe nicht, dass das ein Saas ist. Das ist der Saas. Ich rufe nicht, dass das ein Saas ist. Hey, ich bin Helmut. Verdammt, was ist denn mit dem passiert? Ich habe den Kontakt vom Campino. Ja, das sieht ja recht ähnlich für uns nicht. Also, wann ist denn dieses Festival? Romy, wir tun mit ihm. Du kannst den besten Hochdeutsch von uns. Was mit ihm? Der sieht doch überhaupt nicht aus, der Campino. Also, etwas steigt hier. Am Säuerkammus kann es doch nicht sein. Der ist verdammt gut. Das ist für den Europapark. Herbert, bist du schon... Ich heiße Helmut. Hel-Mut. Hel-Mut. Ähm, bist du dann schon lange ein Double-Fuck? Ja zu Jungs, ich bin seitlich und die sind knapp. Also... Fuss einfach dran. Uli. Du hast doch mal die Augen auf. Weisst du, der hat einen zusammengelassen. Das ist doch ein fucking Junkie. Komm, Fritz Stutz. Wel wird überhaupt? Wel wird das Festival in Gomblo oder der Case? Wir müssen das mit dem durchziehen. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir schicken den zum Friseur und dann kommt das schon gut. Das Campino ist eh alle gelaufen. Ah. Ich meine. Ja. Schau selbst. Scheisse. Ich hab dir doch gesagt, der Timo aus dem Bullen. Sag Uli, anders ist der Helmut jetzt kleiner oder du bist dicker. Hör zu Uli, du machst ihn jetzt kalt. Du hast mir die Scheiße eingebrockt. Du hast mir die Scheiße eingebrockt. Ich meld mich wieder. Hab dir mehr Geld mit dabei. Boleh. Das ist für der Rügel und Papag. Ach du Scheiße. Hey, wo ist er denn jetzt? Guten Tag, die Herren. Hat jemand von Ihnen vielleicht einen Mann gesehen, der so ein bisschen aussieht wie der alte Till Schweiger? Ich habe ja genau gesagt, er sieht nicht uns in der Campine. Äh, wieso? Ich stelle Ihnen die Fragen. Ist das Ihr Rucksack? Ich wusste genau, entweder decken wir jetzt diesen Helmut oder mit Gompels A17 wird es nichts. Ja, das ist mein Rucksack. Ja, wollen Sie nicht drangehen? Ja, ich habe einen Rucksack. Ich darf jetzt noch ein Rucksack! Ja, ich habe ja noch ein Rucksack! Ich glaube, ich bin in der Rucksack! Ich habe noch einen Rucksack aufgehauen. Ich bin in der Rucksack! um menschliche Schieberbande zu sein. Bitte um Verstärkung. Verstanden. Ja, nein, hey, wir sind Walliser. Korrigieren, sechs Verdächtige. Ab und zu muss man halt auch ein Opfer bringen. Für das Best Festival ever, und zwar worldwide. Also bitte, kauft jetzt ein verdammtes Scheissdicken, sodass wir die Kultionen bezahlen können. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? Aber, zwei Pizzas, Prosciutto und eine Saperfrappe. Ich habe es schon von Anfang an gesagt, wir hätten jetzt erst in Europa gewechselt.